Die Kamera bei uns doch. Dann werden wir erstmal gucken, was da kann. Nein, die geht mit der Kamera in die Grube. Da fahrt ein Auto nicht. Das Auto ist aber echt... Man muss ja wissen, was passiert, ne? Ja. 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 Ja, wahrscheinlich auch nicht, Junge. Ja. 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 Ja, der ist sehr weit. Sehr, sehr. Sehr, sehr weit. Der verbindet sogar keine Sicherheit. Ja. Zumindest als Leifahrer jetzt. Ja, ja. Das ist ja ein Variant-Style. Ja. Ja, das passiert, ne? Das ist das mit dem losen Heck, was ich erzählt habe. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja. Das hier zum Beispiel braucht man nicht brennen, das denn ganz links an den Korbrennen kann, Dann zieht es sich richtig rein in die Kurve. Hier bremst ich zum Beispiel immer voll in die Kurve rein. Da fährst du von außen mehr an. Hier bin ich eben rausgefahren. Hier siehst du meine Spuren. Scheiße, danke. Das war jetzt Haftgrenze. Ich finde das so wahnsinnig. Echt. Ich nehme mir wieder die Worte teilweise. Es fühlt sich so an, als wenn das gar nicht gehen würde. Dass man das eigentlich nicht machen sollte. Aber es funktioniert trotzdem. Ja, das ist so. Unglaublich. Vielleicht ist der Kick auch so groß, weil du vorst, dass so eine krasse Bremse ist. Das war aber auch schon mit der Originalbremse so. Okay. Das kostet mich jetzt alles, ne? Ja. Ja, die Frage ist dann, weil die Bremsbeläge sind hinten zu hart. Es kann auch so sein, dass der dann unruhig wird beim Anbremsen. Viele fahren hinten ganz weiche Bremsbeläge. Ja. Weil die OEM-Geschichte ist ja nur auf Altbackel ausgelegt. Das ist auch so eine Stelle hier, wo du werfen hast. Ja, richtig. Da habe ich gebremst, ne? Ja. Da habe ich immer so eine Kontroll- und Angstbremse und so. Da habe ich da so eine Kontrollbremse. Und in der Kurve verliere ich mich hier jedes Mal. Ja, das finde ich auch zum Kotzen. Das ist wirklich absolut eine Hasskurve von mir. Doch, doch. Respekt. Ich finde, du hast sehr schnell sehr viel Vertrauen in das Auto gefunden, für das zu holen. Ich bin ja auch schon 70 Minuten damit gefahren, jetzt ungefähr. Das ist ja recht, Respekt. Das ist von vorm Anderes. Das ist gelben Schnacke. Ja, Adolf. Ah, nee. Ah, nochmal. Wie, oi, oi. Ich brauche schon. Hier auch voll durch, warte. Ich mache immer so diese Kontrollbremsungen da in zwischen den Kurven abschneiden. Nee, mache ich nicht. Zack, zack, zack. Immer noch einmal stabilisieren. Wenn du die, wenn du einmal die richtige Geschwindigkeit gefunden hast. Ja. Also ich sehe, ich sehe selber, wo ich jetzt noch zwei ohne Ende bremse. Und ich denke, man muss einfach manchmal manche Dinge, sag ich mal, fahren. Was meinst du für eine Galerie? Hat der Ralf mir gezeigt, das macht er auch immer. Der fährt immer über die Rangensteiger drüber hier. Ja, das ist noch eine Fahne, pass auf. Ja, gut, der dich. Dann sehe ich schon hier über die... Ach, jetzt ist es auch... Guck, den hast du immer noch hinter dir, wenn die hinten drin. Ja. Der ist die Hölle schnell. Boah, hier bist du aber mit mir an zu spät halten, ich fahre da ganz viel Mal lang. Habe ich gelernt jetzt beim letzten Sportmototraining von Tim Scherber. Was man da später reinfährt. Und hier auch viel später. Echt? Ja. Boah. Es fühlt sich teilweise an, als wenn auf der ganzen entlasteten Seite die Räder in der Luft stehen. So, ne? Mit zwei Rädern. Ja, voll. Jetzt kommt wieder hartes Anbremsen. Heckschränze. Boah. Boah, ist die ESG schön. Boah, der Opel ist nicht dran. Nee, ist super schnell. Und das Ding war doch so schwer, ne? Boah. 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 Boah.